Ich wollte gerade noch sagen was du für ein Dummkopf bist ne, aber Hey mein lieben Chibi und willkommen zu einer neuen Folge Nigger Bad Wars mit dem Kulter Hallo Schau mal dir jetzt mein süßes Gesicht Ich klau dir das hier alles ne, also ich geh ja nicht mehr weg die Folge Du stehst einfach so auf und gehst, keine Ahnung, Kaffee trinken Immer kurz im Bad Genau Jetzt gehst du scheißen und gehst nicht mehr weg Aber zum Glück brauchen wir das nicht, denn wir haben hier noch den schönen Eisenspauler Und da können wir jetzt natürlich auch was schönes holen, so Ist jetzt echt weg Ich trau irgendwie, ich weiß nicht, ich trau ihm das irgendwie echt zu, dass er weggegangen Ist, ich weiß auch nicht, der ist schon so ein ganz dreister Typ ist das Aber ich glaub noch mal was Womit wir uns einfach mal ganz fresh Blöck holen Und Alter, willst du dich jetzt verarschen? Okay Ähm Währenddessen Einfach mal, schaut doch auch mal beim lieben Kulte vorbei Erster Link in der Beschreibung, denn der ist ein ganz ganz süßer und ganz fresher Boy Gibt sich auch sehr viel Mühe mit den Videos und äh, bringt auch täglich Videos Also, falls ihr ein bisschen mehr Unterhaltung wollt, könnt ihr gerne mal bei dem vorbeischauen Der ist nämlich auch ganz fresh Auch wenn er grad gerne in Aufnahmen scheißen geht Das ist so ein Hobby von dem, aber Naja gut, nicht jeder ist perfekt, ne Außer ich So Äh, Alter Der verarscht mich jetzt, oder? So, wieder da Ja Oh, ich hab ja schon ein paar bisschen Kupfer hier Ein bisschen Bronze Das ist ja ganz gut Ja, woher hast du die denn? Ja, ich glaub ich stand da ein bisschen im Weg Vielleicht ein bisschen, ne? Ja Ich kann jetzt erstmal hier Rüstung holen Warte, ich kaufe dir mal eine Rüstung mit hier Ja gut Ich hab währenddessen die Leute auf deinen Kanal geschickt, ne? Bin ich nicht nett? Ja, das ist ja wirklich toll Ja, das ist ganz toll Aber ich hab noch gesagt, dass sie erst gehen sollen, wenn das Video zu Ende ist Weil das wäre sonst Ich hab gesagt, sie sollen erst gehen, wenn du fertig geschissen hast Weil ich war grad fest in der Annahme, dass du echt scheiße machst Das ist eigentlich nur eine Ausnahme jetzt gerade, also Achso, du machst es eigentlich nicht oft Nö, nur bei dir jetzt hier, ich hab's noch nie gemacht Achso, ja, nur bei mir, da hast du dir gedacht, probier's doch was Neues aus, ne? Ja, ein bisschen Abwechslung Ja, genau, das hast du dir gedacht, so Wir haben ein kleines Problem, und zwar sind wir die letzten in der Mitte, ne? Ja, warum denn? Weiß nicht Ich bin eine Sau hier Ich hab ein bisschen zu langsam gebaut, tut mir leid, also Ja, ich glaub auch, geht ja nicht Aber ich hab hier so einen geilen Stick und damit Ja, okay, ich hab noch viel Werde hier abgeschossen Warte Okay, ich hatte ein Schwert, ja, ich hatte ein Schwert Ich hätte uns vielleicht helfen können Aber Ne, ne, Pasha Der lässt uns schon in Ruhe gleich Ja, okay Ähm Ich hab jetzt einfach Wo ist eigentlich unser Bett? Da oben, oder? Da oben irgendwo, also Achja, das hab ich gar nicht gesagt, wir spielen die Map Village, soweit ich weiß Äh, ja So Das ist jetzt ne wichtige Information, die wollt jeder wissen Mal hier da Habt ihr schon mal nen Brustpanzer gekauft? Oh, dankeschön Bitte So, Rüstung hab ich auch schon mal Achso, ja, okay, dann brauch ich das nicht mehr kaufen, dann geh ich weg Bisschen Food Und, und dann kauf ich mir noch ne Pigaxe So, hier nen kleinen Treppen und so Und nen Stick Okay, ich glaube Kommt der? Oder sind wir, sind wir alleine im Mittel? Ich sneake, ich sneake Okay Okay, geht weg Wie es aussieht Ah, nein! Nein! Nein, nicht, nicht sterben Hä? Nicht sterben Hä? Von wo kam das denn jetzt, Alter? Ja, du bist, okay, du bist runtergeschossen worden Aber ich versuch mal halt Hä, das ist ein grüner gewesen und kein gelber Äh, kein, kein Doch Der, der, äh, das war von der Base aus Der ist der übelste Sniper, ey Ja Arsch, ey Okay, wir, wie kriegen wir das am besten hin? Wir haben ja, dank einer, äh, sehr, äh, dank wem wohl? Äh, äh, eine, ähm, sehr kleinen Nachteile erhalten, dadurch, dass wir einfach nicht in der Mitte sind Aber vielleicht, überlegt sich gelb doch mal Ja, ja, ja Gelb geht weg, gelb geht weg, gelb geht weg Ja, renne, renne, renne Wenn ich mich jetzt beeilen Aber blau ist jetzt da Es ist blau da Geil, sprinte einfach Sprint um dein Leben Nein! Ich bin zurückgebracht worden und bin deswegen fast runtergefallen Aber nur fast Fast, ich wollte schon sagen, ne, also, das Fast ist ja sehr entscheidend Genau, kill die mal alle da Warte, ich komm dir sofort helfen, ne, bitte nicht sterben Ja, hab ich Hab ich, hab ich, hab ich So, ich hab 5, 4 Gold Wenn du stehst, bin ich sauf Pass auf, da kommt jemand Nein! Den meint hier nicht, ich meint eigentlich wen anders, aber gut Der hat nen Eisenscheck gehabt Egal, ich klatsch den jetzt Ja, jetzt packst du mal deine PvP's aus, ne, das ist eigentlich auch Das ist in meinen Aufnahmen eigentlich meine Rolle, ne, so Okay, gut So Hätt ja, äh, klappen können Hast du das wohl doch nicht geschafft Nö, der hat gehackt, instant Ja, das denk ich auch, der hat definitiv gehackt, aber Einigungsauf, dass ich der PvP-Gott bin, oder? Da sind wir uns, glaub ich, einig, ne? So, wenn ich da jetzt Eigentlich nicht, ne? Also, ich mein, ich hab, ich hab jetzt eigentlich genug Aufnahmen Auf meinem Channel dieses Beweisen, ne, also Ja, alle richtig scheiße Alle richtig, alle richtig kacke, in allem sterb ich direkt Aber jetzt hab ich wenigstensicht dabei, ne? Ja, hier Ja, ne, nehm ich dich an Ja, dann halt nicht Ist ja auch so einer, der macht immer Tausend Aufnahmen, weil er sofort stirbt Ich bin richtig abgehoben Ne, nicht wahr, ich nehme immer die größte Scheiße Und das, das gefällt irgendwie vielen Leuten Das hier zum Beispiel nämlich auch Direkt egal, was jetzt passiert Ja, das ist ja auch gut Ja, gut, ne? So Ey, wir werden hier abgeschossen, grad so ein bisschen Äh, ein bisschen oder stark? Äh, ein bisschen glaub ich noch Ein bisschen, okay, dann Also noch ein bisschen, aber ich weiß ja nicht, wie es so sich weiterentwickelt Ich lauf nämlich gerade Ja, ich glaub du bist runtergefallen Ach, wie kommst du drauf? Hä? Aber du wurdest nicht abgeschossen Ja Oh, du bist Das war Weil du mich ganz rüber gebaut hast, ne? Das sind jetzt mal die Nein! Ich wollte gerade noch sagen, was du für ein dummen Kopf bist, ne? Aber Hm Ich denk mir einfach so Das sind mal wieder meine Bedwarskills Und auf einmal hör ich nur so Nein! Ich baue das mal gleich ein bisschen so Ja, wär ne Idee Ich glaub die ganze Folge besteht aus ausrüsten und wieder sterben Man, das werden jetzt schon was haben können Das wär echt schön gewesen Aber die Aufnahme ist geil Der Cube hat da ja nicht fertig gebaut, weil er faul ist Ja, vielleicht liegt der nach, weil ich nicht genug Brosse hatte Das ist schlecht Ja, warum wohl, ne? So, warte jetzt Warte jetzt Hier ist gerade keiner Doch, da vorne ist einer Aber das juckt mich nicht Juckt mich nicht Juckt mich nicht Okay Okay, komm, Bau fertig, ne? Wir müssen das nicht schaffen Ich komm jetzt auch gleich dir entgegen Ich brauch nur noch ein Eisen und dann bin ich auch da Moment So Ah! Der Ah! Was? Okay Jetzt der war's, da wir grad eh nicht hinkommen Nehm ich jetzt nen Buspanzer Und bau wenigstens unser Bett zu Das wir wenigstens so Ja, das ist schon mal ne gute Idee Dass wir so ein MLG Bett haben einfach Dass wir da überhaupt nicht Da kommst einfach gar nicht mehr hin, weil es Das heißt, egal was passiert Egal, ich schaff das jetzt Ich verspreche es dir, dass wir ganz wieder gut machen Okay Mach das So Okay Also unser, äh Bett Ja, steht da oben Ich baue es einfach ganz billig mit Endstone zu Aber besser als nix, ey So Ja, aber da kommt eigentlich auch so keiner ran Außer jetzt Enderpearl oder so Musste sich erstmal hochbauen, das ist ganz gut eigentlich So, okay unser Bett ist zugebaut Vielleicht Hoffentlich besser zugebaut als da hinten Hä, aber was ist da? Ja, da wo mal runtergefallen sind Achso, ja Jogu Vielleicht hab ich einen einzigen Block vergessen, aber Ansonsten, ja Bestimmt ist jetzt so ein fettes Loch beim Bett Ja, einfach so Du musst einfach gar nichts abbauen Du musst so durchschlagen Ja Kennst du diese Genius in dieses Bett mit Kisten zu bauen Komm, das schaffst du Du kannst einfach durchbeschlagen Hä, wieso baut Grün sich da weg? Au, au, Kulte Grün, du lässt mich in Ruhe 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 Fuck Ja, ja Aimbot oder was? Fick dich Ohne Witz Ich spring da hin Ich werde da drauf springen Und der trifft mich einfach im Flug Und ich flieg zurück Die Runde wird nie wieder was, ey Wir werden diese Runde so ablosen So Du kannst ja schneiden, wenn es zu lang wird Ich glaub das wird's einfach die Wir sind jetzt bei 9 Minuten, das geht noch Also ein Kumpel macht immer bei den Videos Ich weiß nicht warum, aber macht da immer ein Best of draus, wenn ich dabei bin Das wird nie vernünftig, oder? Nö, äh, Flomsky, das wird nie vernünftig Äh, mein ich schon, mein ich schon Ich glaub nicht, dass es an mir liegt Nö, nö Hab ich noch nicht drüber nachgedacht, aber Also vielleicht Jede Folge von meinen Bedwars hab ich noch nie so ein Best of draus schneiden müssen Aber einmal bist du dabei Wirklich da halb lachend am Boden, ey So, ich hab jetzt zwei Schwerter da Ich hab aber schon eins Ja, dann haben wir halt eins für den Ja, schenken wir das irgendwem, okay? Ja So Also ich hab das jetzt einem Villager hier gegeben, ja Okay, ich lauf gerade auch Sehr sinnvoll ohne Spitzhack in die Mitte, aber Ja, ich hab gerade auch keine, deswegen Warte, ich bring dir mal eine mit Okay, aus einer sind mindestens zehn geworden Ja, gut Okay, komm, das schaffst du jetzt Ja, ja, schnell Renn, renn, der Gelbe kommt, der Gelbe kommt Nein Schaff ich denn? Nein, nicht sterben, bitte nicht sterben Warte da Der hat einen Stör getragen Nein, ich komm, ich komm, ich komm Ich komm Der schaffst du nicht Der hat einen Stör getragen Oh Mann Bah, man, man, wie sollen wir das schon schaffen, aber Wir verbreiten gute Laune, ne Also Nächster schaffen wir halbwegs, ne Ja Ähm Solange wir überleben ist das gut Solange wir aber solange unser Bett noch steht Oh der Gelbe kommt Ja ist dochD Renner, 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 renner RENNеди RENN wichtiger RENN ES EL BETHEW Ja Du doof Arsch. Nein, der ist uns raufgefallen. Nein. Nein, stirb schnell. Mann, ich hab dem Villager schon das Schwert geklaut. Das ist kacke. Scheiße, 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 scheiße. Nein, nein. Bleib hier. Egal, Faustbau, das kriegen wir auch so hin. Oh. Nein, nein, was hätten wir in den Apfel? Viel Spaß. Wir müssen es schaffen. Nein, nein, nein. Ihr wollt's zur Mitte? Komm, komm, komm. Nein, ich muss zur Mitte rennen. Wo ist der? Renn zur Mitte, renn zur Mitte, ich halte hier ab. Hol dir Eisen oder so, ist keine Ahnung, so. Nein, der wird uns zubauen. Aha. Ja, Hilfe. Ja, ich darfst geschaffen. Oh, crap, crap, ist mein Bett, ist mein Bett, ist mein Bett. Ich glaube nicht, ich komme nicht hier hoch. Renn zur Mitte, rin zur Mitte. Nein, nein, du hast es hier auch... Nein. Komm, ich bin verrückt. Wow, er hat mich hingeschlagen, Dankeschön. Nein. Ich schaff das. Yo. Ich glaub an dich. Yo, ich hab 15 Gold und bin bei denen. Ich bin auf 15 Gold und bin bei denen. Ich hab 15 Gold und bin bei denen. Aber wir hätten da ein Backport-Ding. Komm schon. Der schon einen goldenen Apfel hat. Ah, ich muss mich grad richtig beeilen, was einzukaufen. PigX. Ne, da. Was ist in der Kiste drin? Nur Schrott. Okay, dann bau dich schnell hoch. Ja, das hast du gekommen. Warum geht das nicht? Da oben ist ein Sack. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin richtig panisch. Ja. Okay, ich hab noch Chancen. Ich hab... Ich hab... Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er ist da. Nicht runterfallen. Los, er schaffst du. Wie mach ich das jetzt am besten, ey? Ich hab keinen Plan. Also, der rennt da jetzt die ganze Zeit rum. Okay. Okay. Ich kling das jetzt... Er kauft grad einen, er kauft grad einen. Das Problem ist, dass ich eben nicht rec, ne? Achso, oh. Ja, ich hab nur vier jetzt. Ich brauch noch einen Treffer von dem. Dann war's das. Backporten kannst du dich auch nicht, ne? Ja. Ja, gut, gut. Ah! Ich schock' du so. Aber der hat was gesoffen, du hast keinen Schock. Ja. Der ist mal ein Villager. Er kann sich die ganze Zeit voll kaufen. Ja geil, wie mach ich das denn jetzt? Du musst einfach versuchen wegzurennen und Jodo. Halb ich jetzt! Halb ich jetzt! Einfach Yolo Capolo. Okay, der kommt da hoch, ne? Ich weiß. Oh, oh. Er ist oben, er ist oben, er ist oben! Versuch ihn runter zu gehen! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, pass auf! Oh mein Gott! Pass auf! Nein! Nein, 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 nein! Ich hab's versucht! Ja, Bock doch, ne? Okay. Wir haben versucht, was hinzubekommen. Wir versuchen jetzt einmal nochmal ne beste Runde. Ja, schauen wir. So, dann geht's auch direkt weiter auf den Map Desert, in der Map, die vielleicht ein bisschen schneller geht und wo wir nicht so viel verkacken können, weil wir diesmal zwei andere dabei haben. Na, ich bin mal kurz weg, ne? So, ich baue mich mal direkt rüber, jetzt bin ich hier. Ich hab gedacht, du meinst das ernst, Alter? Das sind einfach schon wieder games. Okay. Ne, jetzt, jetzt mal richtig schnell hier alles. Richtig serious gameplay, okay? Ja. So, MLG Mode activated. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Boah, hast du das gesehen? Ne, halt, guckt noch nicht mal hin. So, ne, ich bin gerade am shoppen. Oh, jetzt, hä, der ist weg, Alter. Okay. So, Moment. Ja, aber die Runde sollte eigentlich nicht so schnell sein. Will der sich jetzt mit mir um die Wette bauen? Warum macht der das? Ich verstehe das nicht. Ich war in Ahnung. Ich baue mich da jetzt auch nicht hoch, ne. Warum auch? Machen wir nicht. Ne, machen wir nicht. Ne, warum auch, ne? Oh, ich hab ein Gold. Komm her, komm her, komm her. Ja, ich bin unterwegs, ich habe aber nur zwei Gold. Das ist das Kacke. Ja, ich hab ein Gold. Ja, ich hab zwei. Ja, gut. Ja, easy, ne? Wir können nicht viel falsch machen, ich hab's dir gesagt. Ach so, ist das jemand von dir? So, okay. Also, Leute. Ne, ich renne jetzt da direkt hin. Ja, warte mal, bleib mal kurz stehen hier. Ich will dir was geben. Halt deine Augen. Ich wusste, das ist irgend so ein Scheiß. Ah, okay. So. GG. Okay, wer ist der Pro, Leute? Ihr macht das schon, hab ich gerade erhalten. Ihr macht das schon. Wir sind auf jeden Fall die besten Bevo-Spieler, die es gibt. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wie gesagt, tschau beim Kulta-Verwei, der ist auch so ein ganz fresher Typ, hat man schon bemerkt. Der geht nämlich kein Scheiß in Aufnahmen. Und, ähm, ja, erster Link in der Beschreibung, der liebe Kulta. Äh, wenn, was, was hab ich schon alles gesagt? Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, meine lieben Kürbis. Meine lieben Kürbis. Meine lieben Kürbis.